Und damit begrüße ich euch zurück zum NGL Biathlon der Wamsimichel. Geht im Einzelrennen als erstes gleich von der Rampe, kann man ja hier gar nicht sagen, aber aus dem Starthäuschen. Mal schauen, ob die Fans dann auch weiterhin so aus dem Häuschen sind. Also beim Staffelrennen waren wir leider nicht am Start, sehr schade. Und ab geht die wilde Fahrt. Kräfte muss man sich hier natürlich jetzt nochmal besser einteilen. In der Ebene wahrscheinlich am besten gar nicht sprinten und nur in den Berg rein ein bisschen. Sonst verliert man da zu viel Zeit. Und dann natürlich die Null schießen. So, erstmal Bestzeit. Jawohl, 16,7 Sekunden Vorsprung vor niemandem. So, wir sparen uns mal ein bisschen die Energie. Gehen hier mal in die Stefan Hocke rein. Claude mit 1,3 Sekunden Rückstand ist auch deutlich langsamer gestartet als wir. Und vielleicht gelingt uns ja heute mal ein bisschen der Befreiungsschlag. Wäre ganz wichtig. Der Himmel blutrot schon gedrängt. Schauen, ob das ein Zeichen ist. Wahrscheinlich nicht. Versuche nur die Zeit zu überbrücken bis zum Schießstand. So, als erster zu starten ist natürlich immer doof, weil man keine Vergleichszeiten hat. Das ist echt ein bisschen schade. Wir sehen zwar dann unten die Konkurrenz, was die sonst so macht. Aber da fehlt einem natürlich trotzdem was. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Woher wissen die das? Kleine Genies. So, leg dich hin, du Luder. Gut, war langsam. Aber immerhin. Der Claude schießt noch. Und hat vor allem auch schon einen Fehler geschossen. Also, das ist erstmal gut. Claude sogar mit zwei Fehlern. Allerdings natürlich 5,2 Sekunden schneller unterwegs als wir. Macht aber nix. Wir sind fast eine Minute vorne. Also, das lief schon mal sehr ordentlich. Läuferisch alles gar nicht so wichtig. Wir schauen immer mal unten drauf. Erik Lesser, Gritschma. Beide mit der 0. Iljev jetzt mit einem Fehler. Und jetzt heißt es hier auch wieder ein bisschen Energie sparen. Hier kann man ein bisschen rein sprinten. Geht's jetzt auch wieder in den roten Bereich. 195 der Puls. Alter Vater. Na, das war bei mir das Ende. So. Dann geht's gleich zum zweiten Schießen in die DKB-Schießarena. Oder was das auch immer ist. Ich glaube, ich habe letztes Jahr zwei oder drei Biathlon-Rennen überhaupt nur gesehen. Ich kann also gar nicht so viel darüber sagen. Aber ich werde es versuchen, dieses Jahr zu bessern. So. Unten werden weiterhin fleißig Fehler geschossen. Kann für uns natürlich nur gut sein. Okay. Dann werden wir jetzt sehr langsam geschossen. Der Claude, der jetzt einfach mal durch uns durchläuft. Aber wieder mit zwei Fehlern am Start. Schon 1,49 Rückstand. Und wir haben jetzt zehn Sekunden auf ihn verloren. In der Läupe und am Schießstand natürlich vor allem. Ist aber völlig in Ordnung. Ich glaube, in der Läupe verlieren wir gar nicht so viel. Dadurch, dass wir halt auch immer ein bisschen tricksen können. Mal hier und da abkürzen. Hier gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. So, und ein ordentlich Fehler. Erik Lesser, Kretschmer, alle mit drei Fehlern. Mit einer halben Minute verlieren wir wahrscheinlich nicht auf der Strecke. Selbst gegen die Allerbesten wird das schwierig werden. Da sind wir jetzt vor Dominik Windisch. 23,8 Sekunden. Lesser mit 1,21 Rückstand. Ja, da müssen wir natürlich schon ein bisschen schneller laufen. Da ist der Claude wieder da. Claude Oliver-Rudolf. Der hübscheste Mann der Welt. Ich habe das Gefühl, der wohnt hier ums Eck. Einer wohnt hier. Der sieht genau aus wie Claude Oliver-Rudolf. Und wenn ihr ihn jetzt googelt, dann ist Halloween zwar rum, aber googelt ihn einfach. War früher mal ein hübscher Kerl. Glaubt man gar nicht. Aber ich habe ihn beim Boot gesehen und da war er echt gut aussehen, der Mann soll Konzentrationen. Na! Verdammt! Ganz knapp links weg, das Ding. Schade. Also, ein Fehler geschossen. Andere schießen deutlich mehr Fehler, wie man unten sieht. Windisch allerdings jetzt mit der 0. Der wird wahrscheinlich an uns vorbeigehen. Shit. Schade. Trotzdem bislang eine gute Leistung. Lesser, Femmling, Prümer da jetzt alle mit 0. Benedikt Doll mit einem, Smolski, Kretschmer und auch Talje Böe mit der 0. Und ist der so viel schneller als wir? Der denn für Schia drauf? Ist ja unfassbar. So, jetzt wird es läuferisch natürlich eng werden gleich. Auf der vorletzten Runde. Da kommt auch schon der Nächste von hinten. Wobei wir da jetzt auch nicht dramatisch verlieren. Jetzt geht's los. Der Wahnsinn, Michel, kommt. Also, den Klot sollten wir schon irgendwie im Sack haben. Allerdings jetzt sehr viele Nuller. Von Siluoma mit einem Fehler. Also, das Flak hat mir viel zu wenig auf da unten. Setzt mich jetzt zu sehr unter Druck. Leckt mich am Arsch, ey. Dieses Spiel killt mich einfach dermaßen. So, 2,44 vor Klot. Ein Fehler geschossen. Das sollte doch mal ein gutes Ergebnis für uns werden. So Richtung Top 10 wäre nice. Das wäre sogar sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir aber bei der Energie echt ein bisschen aufpassen. Lass mich durch, Junge. Ich bin Arzt. Bei der Energie müssen wir aufpassen. Kaum gesagt, schon mache ich nichts. So, da sind wieder einige Fehler rechts geschossen worden. Windisch ist allerdings schon an uns vorbei. Also, ein Sieg wird es schon mal nicht werden. So, und hier werden wir jetzt viel Zeit verlieren. Weil die Konkurrenz, wie gesagt, auch vom Energielevel her so seine Probleme hat. Konterfinden, vorbeigeflogen, der Junge. Also, der Kollege hier hat auch seine Probleme. So, jetzt geht es dann noch gleich auf das Zielgerade. Da können wir noch mal den Schlussspurt machen. Zieh durch, Junge. Zieh durch. Und dann sind wir 2 Minuten 40 vorm Klot. Doch erstmal ganz ordentlich. Dann schauen wir mal, was die Konkurrenz da so zu leisten imstande ist. Also, Dominik Windisch kommt auf jeden Fall schon mal vorbei. Dann Kretschmer haben wir auf jeden Fall im Sack. Dann leider Maillet auch vorne mit einem Fehler. Einfach mal 31,7 Sekunden schneller als wir. Dann der vierte Platz. Der fünfte Platz. Naja, so gut ist die Leistung dann leider gar nicht. Weil wir es läuferisch nicht drauf haben. Relativ große Lücke jetzt. Lukas Hofer haben wir geschlagen. Allerdings auch der mit zwei Fehlern. Morawetz ist drin. Also Richtung Top Ten. Das wird ein sehr enges Höschen. Und nicht mal die Hälfte drin. Und wir sind jetzt schon auf dem siebten Platz zurückgefallen. Jetzt der achte. Jetzt geht's los. Das gelbe Trikot ist drin. Auf dem vierten Platz. Für uns jetzt immerhin Platz neun. Das wäre ein großer Erfolg. Und vor allem müssten wir uns für die Verfolgung auch qualifiziert haben. Wenn es hier noch einen nächsten Wettbewerb gibt. Der zehnte Platz. 28 sind drin. Jetzt darf uns natürlich keiner mehr schlagen, damit wir die Top Ten irgendwie schaffen. Immer noch Sebastian Samuels von vorne. Die Lügen kommen nach und nach rein. Ja, jetzt sieben fehlen noch. Die Hoffnung lebt. Sie lebt. Und sie ist tot, weil Christiansen auf die sechs reinläuft. Jetzt sind wir auf der zwölf. Ja, und wenn wir die halbe Minute wegnehmen, dann wären wir auf dem dritten Platz. Wie bitter. Wie bitter. Wenn wir den einen Fehler nicht gemacht hätten, dann wäre es tatsächlich der dritte Platz geworden. Also, es ist schon möglich, hier weit vorne reinzulaufen. Der 13. Platz ist für uns ein großer Erfolg. Schauen rein in die Statistik. Läuferisch war es heute nicht wirklich gut. 14,4 Sekunden. Unser Rückstand. Nur der 15. Platz. Trotz starker Skier. Ja, darüber wollen wir nicht reden. Shooting Time mit Absicht ja auch ein bisschen langsamer. Aber das muss noch besser werden. Ist aber echt schwer. So, die Rangezeit. Erik Range kennt man ja. 23,4 Sekunden. Und den Rest kann man sich ein bisschen sparen. Spannendes Rennen, wie ich finde. Bislang unsere beste Saisonleistung. Barack Obama wieder ordentlich am Start. Wir schauen wieder auf den Total Score und müssten uns jetzt eigentlich ein bisschen nach oben verbessert haben. Wir sind auf Platz 31 jetzt im Gesamtweltcup. Die Top 30 wären so das Ziel. Da sage ich, ja, das könnte ganz gut passen. Im Sprint in der Verfolgung waren wir noch gar nicht am Start. Das ist ein bisschen bitter. Aber da kommen halt auch nur die besten 21 rein. Es geht jetzt nach Rupolding in den Massenstart. Das könnte auch schwierig werden. Da steht man immer so sehr unter Druck am Schießstand, wenn die Kollegen neben einem stehen. Aber vielleicht ist das auch ganz gut und motiviert uns da relativ schnell und sicher zu schießen. Das wird es definitiv nicht. Aber schaut trotzdem gern morgen wieder rein. Dann geht es weiter in Rupolding mit dem Wamsimichel. Dann geht es weiter in Rupolding mit dem Wamsimichel.